Der Weg zu einer Schanin- und gesunden Zahnreihe kann oft teuer sein, besonders wenn es um Zahnbra 1 Viertelzecken geht. In Europa sind die Kosten FA 1 Viertel R Zahnbehandlungen in der Regel ziemlich hoch, daher entscheiden sich viele Menschen FA 1 Viertel R Behandlungen im Ausland, um Geld zu sparen. Eines der beliebtesten Reiseziele FA 1 Viertel R Zahnbehandlungen ist die TA 1 Viertler Kai, wo die Preise oft deutlich gar 1 Viertel instiger sind als in Europa. Wie viel kosten Zahnbra 1 Viertelzecken in Europa im Vergleich zur TA 1 Viertler Kai? Lohnt es sich, FA 1 Viertel R eine Zahnbehandlung ins Ausland zu reisen? In diesem Video werden wir die Kosten FA 1 Viertel R Zahnbra 1 Viertelzecken in Europa und der TA 1 Viertler Kai vergleichen, um Ihnen bei der Entscheidung zu helfen. In Europa kann Ihnen die Kosten FA 1 Viertel R Zahnbra 1 Viertelzecken je nach Land- und Zahnarztpraxis variieren. In Deutschland liegen die Preise FA 1 Viertel R eine Zahnbra 1 Viertelze Kai zwischen 600 und 2000 Euro pro Zahn. In anderen europäischen Ländern wie dem Vereinigten Karnikreich, Frankreich oder der Schweiz kann Ihnen die Preise sogar noch herher sein. Die niedrigeren Kosten FA 1 Viertel R Zahnbehandlungen in der TA 1 Viertler Kai sind einer der Hauptgra 1 Viertelende, warum sich so viele Menschen FA 1 Viertel R eine Behandlung dort entscheiden. In der TA 1 Viertler Kai kosten Zahnbra 1 Viertelzecken im Durchschnitt zwischen 200 und 800 Euro pro Zahn, was deutlich gar 1 Viertel enstiger ist als in Europa. Da RA 1 Viertel BER hinaus bieten viele Zahnkliniken in der TA 1 Viertler Kai hochwertige Behandlungen mit modernster Technologie und erfahrenen Zahnerärzten an. Ein weiterer Vorteil einer Zahnbehandlung in der TA 1 Viertler Kai ist die kurze Wartezeit. In Europa kann es oft Wochen oder sogar Monate dauern, bis ein Termin bei einem Zahnarzt vereinbart werden kann. In der TA 1 Viertler Kai hingegen kann in Termine schnell und unkompliziert vereinbart werden, was besonders FA 1 Viertel R Patienten mit akuten Zahnproblemen wichtig ist. Es ist jedoch wichtig zu beachten, dass es bei einer Zahnbehandlung im Ausland auch einige Risiken geben kann. Einige Patienten berichten von schlechten Erfahrungen mit Zahnkliniken in der TA 1 Viertler Kai, die nicht den europäischen Standards entsprechen. Daher ist es ratsam, GA 1 Viertel endliche Recherchen anzustellen und sich vorab A 1 Viertel BER die Qualität der Zahnkliniken zu informieren. Ein weiterer Aspekt, den man bei der Entscheidung FA 1 Viertel R eine Zahnbehandlung im Ausland BER 1 Viertel gesichtigen sollte, sind die Reisekosten. Flugtickets, Unterbringung und Verpflegung kann in zusätzliche Kosten verursachen, die bei der Kalkulation BER 1 Viertel gesichtigt werden MA 1 Viertel SN. Dennoch kann in die Ersparnisse bei den Zahnbehandlungskosten in der TA 1 Viertler Kai oft die zusätzlichen Ausgaben FA 1 Viertel R die Reise A 1 Viertel bewiegen. Letztendlich HNGT die Entscheidung FA 1 Viertel R eine Zahnbehandlung im Ausland von den individuellen Bäder 1 Viertler Fnissen und finanziellen Magglichkeiten ab. Wenn Sie bereit sind, A 1 Viertel BER den Tellerrand zu schauen und sich FA 1 Viertel R eine Zahnbehandlung in der TA 1 Viertler Kai zu entscheiden, sollten Sie sorgfalt TG Pra 1 Viertel Fehn, welche Klinik am besten zu Ihren Bäder 1 Viertler Fnissen passt. Insgesamt lohnt es sich, die Kosten FA 1 Viertler Zahnbra 1 Viertel Zeten in Europa im Vergleich zur TA 1 Viertler Kai zu vergleichen, um die beste Option FA 1 Viertler ihre Zahnbehandlung zu finden. Die TA 1 Viertler Kai bietet hochwertige Zahnbehandlungen zu erschwinglichen Preisen und viele Patienten sind mit ihren Ergebnissen zufrieden. Wenn Sie also auf der Suche nach einer kostengar 1 Viertlen stiegen und qualitativ hochwertigen Zahnbehandlung sind, kann die TA 1 Viertler Kai die richtige Wahl FA 1 Viertler Sie sein.